moin leute was geht ab willkommen zu einem neuen part pokémon ich will sterben gold letztes wir haben wir unsere gott gefangen 6 trago ran aber im all bekommen haben die komischen typen besiegt die stadt war schön eigentlich nicht über scheiße aber wir gehen es passt als sogar ich hab niki gefunden erst mal umbringen die platz um mein gott ein pokémon frisch gefangen lustig witz wir sehr weishaft sagt er hat einen scheiß riolo gefangen wahrscheinlich im wasser hat er das ding gebunden oder was er hat einen scheiß stinktüge hangelt oh gott ja ich will sie kaufen aber der geld reicht nicht aus ich dachte die kinder von heute wird stieg reich also nun okay kommt genau und ich war ja noch nie und geführt was ist mit dir passiert 6 trago wie oh oh du meine fuckers coming auch das nur togepi ich hoffe ich habe um wochen gold bekommt dieser hauptfassinige opa und plötzlich gibt es ein schrei und da springt einfach in die brüche das war gute leistung das war gute leistung gut geil die macht mir damit wickel muss leider weg heute gehen wir in die zweite arena weil warum nicht müssen wir mein name ist kein wenn es um pokémon geht macht mir keine was vor irgendwann wird ich ein berufter wissenschaftler auf dem gebiet der kiefer recht pokémon hier eine kursprobe meine intelligenz wow das war unglaublich ich sollte nicht so ein arrogantes stück scheiße sein joshua erhält den insekt orden hier nimm diese drecks tm oh hi wer bist du wer bist du was sagst du pass auf dass du dich nicht verläufst das steuerliche wald ist sehr groß und hat einen weg kann ich mich gut verlaufen ne ne ich muss ich muss das oben ansprechen die fucking dead butter die dead butter beste meine mami aber am tu vorbei geil points fuck weißt du mal hier schön dass du da war es ist so rafael komm oh mein god oh mein god als ob wie schwer ist nikkis mutter also nikkis mutter ist zwei meter groß das ist nikkis marm das ist die vm zerschneide gammelin 0 so zack 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 und nur dass es sich kann schmeißen du schickst dreck oh god war ich noch ein pokémon geh weg antwort das ist die vm zack was ist die vm zack das ist die vm zack ich bin erst drei jahre alt damit würde ich sagen wenn euch dieses ding gefallen hat wünscht ihr noch einen wunderschönen betrug wenn ich auch ciao in der volt könnt ihr mein dritter ist kurz zu bekommen es ist betrug tod verderben da also wie ihr sicherlich alle mitbekommen ist dieses video bloß fünf minuten lang wenn ihr euch jetzt denkt warum fragt joshi ich schneide jetzt seit vier stunden an zwei live streams und ich habe nur fünf minuten content das liegt nicht daran weil ich behindert bin sondern weil joshis content scheiße langweilig ist junge fang an interessantere streams zu machen